Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zurück zu einer anderen Folge Minecraft. Ja, heute ist Erik mit dabei. Wir spielen nämlich heute die Minecraft Bedrock Edition. Und das aus folgendem Grund. Ich habe gesehen, dass es eine sehr coole Map, und zwar Terrors Loop Force, für die Bedrock Edition gibt auf dem Marketplace. Zum Glück kostenlos. Ich habe keinen Bock da irgendwas für zu bezahlen. Genau. Und ja, ich denke mal, wir zocken die einfach mal an und schauen, was die uns so bietet. Ich würde sagen, einfach let's go, ne? Yay. Ja, falls man Lust hat, kann man hier noch andere Teile spielen, die kosten, aber was deswegen, machen wir es mal lieber nicht. Untertitel, alles Sounds haben wir schon eingestellt. Und wir können auch mal hier gucken. Let's go. Haben wir auch Sound, perfekt. WTF, das war das denn? Das war Voice Crack des Todes gefühlt. Ja. Okay, dann müssen wir angewommen, weil ich hier hin. Ey. Seit wann drückst du einfach so einen Button? Das hätte halt doch die Luft sprengen können. Alles klar. Ja, hier seht ihr das Logo der Map. Äh, like to operate in on a store, blub. Ja, Werbung. Okay, jetzt kann man den Knopf drücken und damit aktivieren wir anscheinend eine Art Teleporter. Oh, wir landen. Von der Fox da und her. So steigen sie aus. Ah, ja. Ja, schöner gewesen, hätten die das noch animiert. Die haben noch so viele Models hier. Hm, na egal. Oh, schau dich dieses Gebäude an. Wunderschön. Was ist hier vorne? Ah, ein Eichernchen. Wie süß. Was ist das? Stand 5, Burg. Boim, 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 boim. Äh, geile Hüpfburg. Auf wie? Man kann nur aus den Ecken hüpfen. Hi! Oh, das läuft vor mir weg. Na, okay, gut. Dann gehen wir mal in das Gebäude. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich glaube, dass ein Schönchen wenig aufgenommen werden. Deswegen ist es weggerannt. Es ist wenig. Oh, schön. Oh, willkommen. Willkommen. Wir erwarten wir Sie fast halbe Stunde. Vor einer halben Stunde? Vor einer halben Stunde? Oh. Wenn du es umgekehrt hast, ist es viel besser, als du es umgekehrt und nie wieder aufrufst. Am ich richtig? Äh, ja. Okay, wir sind bereits weit, also du sollst wahrscheinlich nachher gehen, um zu Anfang an den Alansrefe zu der Mission zu beginnen. Gut Glück. Okay. Hab Spaß. Ja. See you soon. Ja, okay. Have a nice trip. Ja, ist ja gut. Ja, wir sind weg. Ja, sind wir. Mein Gott, labert die viel. So, wir müssen nach oben und uns in eine Mission einweisen zu lassen. Keine Ahnung, was soll hier die volle Mission? Ich hab die Map gestartet und keine Ahnung. Und kann hier Druck darauf starten? Ein Augenblick, Leute. So, jetzt sind wir hier und Sir? Hallo? Hallo? Stellen Sie auf. Ja, komm, es geht, es geht los. Der Trump tief und fest. Okay. Gut, ich bin gespannt, worum es geht. Hier ist wieder ein roter Knopf. Ich liebe rote Knöpfe. Ihr müsst ihr wissen, da sind so rot wie ich. Das heißt, passen zu mir. Aber läuft es hier, das zufällig. Das heißt, das ist eine GDL-Certified-Präsentation, rekordiert und für striktes Geodescent-Lab-Grams nur. Okay. Pust. Also dann. Let's see. Ah, ja. Willkommen. Willkommen. Willkommen zu Geodescent-Lab. Wir digging into the past ist of the world, weil wir stattdessen in die Zukunft verstoßen. Was? Was ist das? Okay. Sascha? Sascha, ja. Ist es möglich, diese Rekordung zu, ähm, selbst destrukturen zu, ähm, nachdem es zu Ende ist? Du weißt, wie der Mission Impossible-Film. Nein, das ist die Mission Impossible-Film. Nein? Was bedeutet das, nein? Okay. Okay, ne... Never mind. Dann halt nicht. Ja, alles muss man selbst machen. Wir wollen so rumgehen, dass wir ein bisschen posten werden. Diese Nachricht... Kaboom! Kaboom! Oh, sie ist weg. Ich sehe sie nicht mehr. Er hat sie zerstört. Ich mag den Typen. Okay, dann... Nehmen wir mal den Fahrstuhl. Meine Fahrstuhlmusik. So, hier sind wir anscheinend in der... Drop Zone? Ne. Oh, hier kommen die Anzüge. Uh. Oh, ich finde die Lila denn ja auch richtig schön, ne? Oh, der schwarze, alter. Aber, ich weiß nicht. Eigentlich bin ich Red Game, aber eigentlich bist du jetzt die Roten, ne? Ah. Ach, wir nehmen einfach heute mal den schwarzen. Ich finde, der sieht schön aus. Ähm, ich nehme den... Ich nehme den Dunkelgrün. Es folgt einen Flugcheckliste, bitte Bereitschaft. Tragwärts-Trag-Hebs-Check. Oh. Integritäts-Check. Atmos-Aktivität-Modul. Thermal-Resistenz-Gel-Applikation. Thermal-Resistenz-Skill. Willkommen in der TFA 1541. Ah ja. Ich bin Ellie und ich werde dich auf der Reise in der Zentrum der Führung. Das klingt wie klar aus. Für deine Sicherheit. Do not attempt to land the suit until I've deployed the landing gear. Do not drive the TFA 1541 into water, hot liquid. Man sei unten, ich n'heil. Enjoy your flight. Ja. Oh, es geht hoch. Ich dachte, es geht weiter runter. Wieso sind die Jobs dann dann weiter oben, hä? Denk daran, springe in der Luft erneut, um deine Flügel zu aktivieren. Ja, ja, dankeschön. Oh, ein großer roter Knopf. Oh, was passiert? Sankt hier. Ja, so schnell geht doch gar nicht alles lesen. Drei, zwei, eins, go! Oh, wow! Woo! Woo! Ford, ja, weil das was besser. Hahaha. Diese, diese Nachricht. Geil! Woo! Woo! Ja, die Levels hat stattdessen in dem Trappacour. Cool! aber geile level auf jeden Fall schon mal muss ja die Leute haben sie zu bauen schön Musik aber nicht den Wasser nicht den Wasser ich werde immer langsamer ich habe schon das erste Ding erreicht das ging ja easy wo bist du? wir sind noch auf der Weg hallo 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 nice hier füllen wir Säuerstoff auf oder so Please wait for the oxygen renewal chamber to cycle. Okay, Sauerstoff erneuerung. Oh, Sauerstoff! Schön. Absu, du willst hier das weiße Gift zu dir nehmen oder was so sah das aus? Ja. Luke für Tone 2 und los geht's! Wuhuuu! Miep miep! Okay, wir können hier... Wuhuhuhu! Runter, 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 runter! Wuhuu! Dinosaurier! Ein Helicarrier! Warum war er Helicarrier? Nein, nicht ein Helicarrier. Das darf ich. Ganz viele Dinos! Cool. Wuhuuu! Ich weiß gar nicht wo's hin geht, ich bin viel zu schnell! Ich bin viel zu schnell! Ich sehe gar nicht wo's hin geht, Alter, Hilfe! Wuhuuu! 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 Ja, echt glaub das war's für mich. Oder? Ja, für mich war's auch wieder... Wuhuuu! Nein, ich hab's auch geschafft! Was? Wie? Mann! Okay, ne, jetzt komme ich zu tief, glaube ich. Wuhuuu! Nein, da hinten ist Station 2, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Oh, ich hab's auch noch geschafft! Loi, was? Haha, ich war fast immer kurz beim Boden, aber alter! Was ist denn da? First twice? Was ist denn hier los? Wuhuuu! Okay, gleich kommt schon der letzte Tunnel! Wuhuuu! Oh, okay, gleich findet er ja ganz spannend. Das sieht ein bisschen komisch aus! Und ab jetzt Hölle 3! Oh, das macht, das macht Spaß! Los geht's! Dürrwannemooo! Oh, hier werden die Bohrer zusammengebaut oder so? Ne, hier sind mehrere Bohrschritte. Mhhh... Määau! Oh Gott, was ist das denn? Ist das hier unterirdische... Erz... I don't know... Glanzungsanlage? Es ist die I don't know-anlage. Oh, ab in den Nether? Ja stimmt, die Hölle war ja auch hier unten, da war ja was. Hehehe Hat ja noch was existiert? Wo geht's dann? Wo geht's dann? Nein! Ich bin in Lava geflogen. Mein erster Tod. Oh, wenn wir jetzt auch ganz schön knapp werden... Uuuup! Wuh! Oh Leute, ich hab's noch geschafft. Okay, interessant. Mist! Ich darf mich jetzt mal wieder an unseren... Uuuuh! Nein! Aaaaah! Das war zu tief. Das... Das Loch... Oh! Goddamit! Absicht! Okay, hier ist natürlich die Lava-Kamera! Nein! Okay, 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 hier ist es... Oh! Fahrgisch ist ausgefahren. Du kannst jetzt sicher landen. Nice! Okay, ich bin am Ende. Korn-Trill ist nahe. Und zwar melden Annäherung der Kermboer. Weitere sind hier mit dem Progressive Bildsteileposition der... OK! 4 und 6. Dein Suit nähert sich ihrem Limit. Bitte folgt mit Kaution. Ah, da ist der Bohrer. Ich habe mir 4 Heller vorgestellt. Das klingt hier wie bei Star Wars, diese Alarm hier. Da hast du's. Bitte warte, um das Flugzeug zu cykeln. Bitte warte, 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 warte. Bitte warte, um das Flugzeug zu cykeln. Ähm, das ist zu viel Sauerstoff. Wir brauchen die so viel. Oh nein, oh nein, oh nein, ich will nicht. Nein, 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 geh nicht aus. Ach so Scheiße. Oh, sie geht zumindest noch auf. Huh. Ah, da ist der Kern. Ui, schickimicki. Bisschen... sehr groß. Äh... Doktor Barney? Ist das so ein... Ist das so ein typischer, äh... Geldloser? Ne, das ist doch einer der Wissenschaftler. Es ist so lange für das. So lange. Ich hab's gelernt für diesen Moment und es ist endlich gekommen. Ich... Ich weiß nicht, was zu sagen. Was? Oh, ha, 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 ha. Ich bin sorry, du musst dich überrascht. Ich bin noch immer noch im Leben. Nach dem ganzen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie lange es war, seit Dr. Minowski mein Seite zu verlassen. Oh. Nachdem wir aus der eigentlichen Essen riefen, mussten wir unsere Körpern um zu überleben. Aber drillen sich selbst. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Das ist nicht so schlimm. Nach einem Zeitpunkt, das ist... Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Und du wirst, ich dachte immer, der Typ war ein bisschen fischig. Aber wirklich, ich danke den heavens, dass Manowski auf die letzten Seite ausgesucht hat. Er hat ein Buch gegessen. Die Kinder haben sicherlich einen riechenden Ernst zu der Diät immer so oft. Oh. Was hast du gesagt? Reichenchen, du. Sie waren auf Prototypen für diese Jahre. Aber diese... Diese sehen völlig anders. Eigentlich modernisiert. Ich muss hier schon zu lange gewesen sein. Oh, Manowski. Okay, ja, hier. Das ist großartig. So perfekt. Suche Mastercraft. Oh, hm. Es fühlt sich so zufrieden. Hm. Wenn nur Manowski es hier zu sehen wäre. Don't worry, Manowski. Ich werde dich aufwenden. Du siehst? Der Kurs hat uns jeden Tag geschaut. Jeden Tag. Lass uns in unsere Säulen und uns schreckt. Dann, nach einem Zeitpunkt, haben wir angefangen zu erkennen. Sie kamen zum Kurs, eins und eins. Sie begonnen, nur kleine Stücke zu nehmen. Wie Krummchen. Ha, ha, ha. Dann kamen sie mit ihren grossen Pläten. Und begannen sie zu saftigen, 10 Haftpläten von ihnen. Hm. Kann man doch nicht essen. Oh, äh. So, bevor es noch schlimmer geworden ist, haben wir einen Kannon in die Seite des Drills. Einen Kannon, um die schrecklichen, schrecklichen Tunnelpiraten zu kämpfen. Bevor sie auf die Kurs zu essen konnten. Ha, 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 ha. Ergo hat mir... 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 Minowsky. Scheiße. Right. This is it. We will not witness our mother of cops being robbed ever again. Because this time, this time I am going in. Minowsky, this is for you. You. Kurses to the Tunnelpiraten. I will stop them once and for all. With this brand new suit. Hey, will you be able to stop me? Ha, ha, ha. It's a blessing. It's a dream come true. It's everything I've lived for. Ah, ha, ha. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ah. Ah, gross. Ja, das hätte ich Ihnen aber auch sagen können, dass das nicht geht, ne. Ah. Oh, Gott. Wir sind am Arsch. Ich glaube, er hat den Kernstilz sympathisiert. Warte. Du hast doch doch einen Anzug. Wir wussten, die Energie des Anzugs in den Boardrill machen. Irgendwie. Oh, Gott. Schockwelle. Ah, scherze. Äh. Ja, wir müssen schnell hier weg. Scheiße, wie machen wir das? Wo kann man denn hier Energie reinmachen? Ach du Scheiße. Boah, ey, das ist die Schockwelle. Junge, ist ja gut, Scheiße. Also wenn der Kerl explodiert, das heißt doch, dass die Eurek zunimmt. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, wir sind sowas von am Arsch. Es war schön, so gelebt zu haben. Ja. Ich will so nicht sterben. No! Bin ich... Bin ich tot? Die Tunnel. Und schiebt. Sie fehlt im Himmel? Terror Swoop Force, ja. Das war die Map. Boah. Ich glaube, wir sind in der Terror Swoop Force-Fälle. Da explodiert die Tunnel. Oh, ich glaube... Ja, jetzt explodiert der komplette Planeten, das ist das Gefühl. Ein Nox-Re-Map, designt bei Nox in Avondale. Äh, geile Map. Echt. Boah. Ich meine, sie ist zwar kurz, aber... Echt geil gemacht. Oh nein. Oh nein. Das heißt, es kommt gleich aus der Lupe, oder haben sie hinter uns geschlossen? Oh nein, liebe... Ja. Nox-Re-Map. Geht jetzt gleich die Station hoch? Bitte nicht. Ah, da. Da sieht was. Au. E-Bahn-Hab. Du hast den Speed-Bahn-Modus freigestellt, zu benutzen, um den Speed-Bahn-Hab zurückzukehren. Au, ist die Station runterge... eingebrochen? Ja, aber ich würde sagen, ich beende das Video an dieser Stelle. Ich habe die Map echt gefeiert. Was hast du? So, insgesamt zur Map? Ich fand die geil. Hat Bock gemacht. Joa. Kann man sich mal antun. Holt euch vielleicht mal das Top of the Battery Edition spätestens mit euren Freunden. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Red Gamer. Tschüss.